Yo Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. Alter, dieses Call of Duty blispel ich immer, also nuschel ich immer so in meine nicht vorhandenen Barart. Und ja, zurück auf Mission mit Team Deathmatch. Ja, ich bin wieder am Stizzle. Letzte Runde, das Level aufgestiegen, unglaublich. Jetzt die MP7 endlich in geiler Tarnung. Aber hier auf dieser Mission haben wir eine ganz andere Mission. Und zwar, wahrscheinlich nehmen wir eine andere Waffe. Bin eher für die P90, weil hier sind eher weite Wege. Ja, ich werde erstmal die P90 auch mit diesem Hammer-nice-aussehenden Arcock-Visier. Ja, das heißt Arcock. Ja, sind wir hier am Stizzle. Da ist auch schon immer lang gelatscht. Wollen wir gleich noch eine Granate werfen. Oh, sind sie hier? Deine Müttenkinder. Na, hier traut sich noch keiner lang, war. Weil er weiß, dass er gleich tot ist. Ja, ich weiß übrigens gar nicht, was für einen Spielmodus wir spielen. Achso, Team Deathmatch, oder? Ja, Team Deathmatch. Hatte ich auch nicht irgendwie gesagt. Nee, nee. Wird völlig überbewertet. Aber es ist Team Deathmatch. Unglaublich aberbar und ich höff nicht. Unglaublich aberbar. Weil ich bin eigentlich der Pro-Gamer schlechthin, der mit dem besten Aiming, wie man hier auch immer sieht. Nein! Oh, ficken dich in die Harsch, du kleiner Spackloch. Oh, fuck, ey. Erstmal regenerieren. So, und jetzt werden wir den mal hier... Alter. Alter, jetzt stirbt. Mein Gott, Alter. Das hat aber auch lang gedauert. Kann ja wohl nicht Warzenschwein. Nein, 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 nein. Ich hab mit diesem ACOG einfach kein Aiming. Das ist einfach... Bäh. Ich glaube, ich packe gleich die MP7 aus. Oder die G18. Aber mit der treffe ich ja eh nicht. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich nehme. Fuck. Okay, andere Waffe. ACR. So, Gold jetzt. Jetzt geht's hier richtig los. Die werden jetzt sowas von... ...weck geschmeckt, Alter. Weil wir wollen, dass Team Death mit Chiyo winnen. Habe ich so beschlossen. Scheiße, Spawns haben gewechselt. Verdammt. Okay, mal gucken. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Man, ich hab hier nichts zu tun. Ist doch langweilig. Ist mir eine Granate random zu the map geworfen. Alter, ein Sniper. Ey, der merkt doch gar nicht, wa? Steht da einfach random rum, ey. Oh, ne Witz. Wow, 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 wow. Das war knapp. Ja, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Haben wir gleich keine Muni mehr, verdammt. Verdammt, verdammt. Oh, hier zieh mal eine Blendgranate random rübergeworfen. Das wird's mir den effektiv gebracht haben. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Nein! Ah, gut. Okay. Hatte eh keine Muni mehr. Also von der Warte aus. Warten wir mal ab. Und aus. Wir setzen auch mal eine Runde aus. Und dann mal wieder hier voll aufzuräumen mit unserem ultimativen Pro Gaming hier am Stilsel. Na, Freunde? Pro Gamer Tosni ist nämlich immer noch an den Griffeln. Würde hier ultimativ aufräumen. Die checken hier auch gar nichts. Ich baller die hier alle ab. Nice. Ich hab wieder gleich keine Muni. Scheiße, ich muss mir Plünderer reinmachen irgendwie. Aber dann hab ich ja nicht mehr schneller nachladen. Das ist auch scheiße. Aber das ist irgendwie ganz, ganz, ganz richtig hier. Keine Muni mehr. Ungünstig. Oh, ne Waffe. Ja, ich renne hier rum und hab keine Waffe. Nur diese G36. Äh, ich geh abziehen. Scheiße. Dö, 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 dö. Keine Munition. Dö, dö, lo, ein Maschinengewehr. Nubi, nubi, nub, 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 aktion. Aber ich hab halt keine Muni mehr. Ist du mir leid, Freunde. Ist du mir leid. I'm very surey. Vorset. Hier, bam, bam, bach dich. Lo, bach dich. Alter, wie die alle gar keine Chance haben. Die sind alle schlecht. Alle schlecht. Alle schlecht. Die sind alle schlecht. Ja, so schlecht. Ja, so schlecht. Scheiße, ich bin tot. 18 zu 6. 18 zu 6. Ich hab's trotzdem total drauf. Mit meiner Waffe, der G36, die ständig keine Muni hat. Scheiße. Mann, oh. Ich bin doch jetzt voll gut, ey. So, wo sind sie denn hier? Die Schmulucken. Da ist einer. Da ist einer. Scheiße. Kamen alle auf einmal. Badadada. Badadada. Ah. Hast mich nicht mehr bekommen. Jawohl. Über zwei Jahre ist das. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt hier gegangen ist. Die ging, glaube ich, gar nicht so lange, ey. Aber wir waren hier voll schnell durch und so. Na egal. Ähm. Wir hängen noch einer ran. Ja. Eindeutig, weil, ähm, oder? Eigentlich nicht. Ähm. Eigentlich nicht. Okay, äh. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Bis dahin. Tschööö.